Oh mein Gott. Oh mein Gott, was hab ich da gemacht? Dead Move! Was geht ab, Leute? So, erste Runde in Black Ops 3. Ohne Spaß. What the fuck? So, schnell mal hier nochmal. Bottom Layout. Tactical. Äh, Vibration aus. Und let's go. Wir spielen Domination. 200 Punkte und let's go. Ohne Spaß. Mal gucken, was hier so überhaupt geht. Wir spielen nur 3 gegen 3. Richtig minderwertig. Mal gucken, mal gucken, gucken. Boah, ich bin so aufgeregt. Ohne Spaß, Jungs. Wo sind die denn? Alpha lockt down. Wir müssen doch hier irgendwo sein, Digga. Friendly UAV inbound. Ich bin so nervös, ey. Ich glaub dir gar nicht. Ich war, glaub ich, noch nie so nervös bei irgendeinem Spiel. Losin Alpha. Wir sind sie bei C. Okay. Let's go. Oh, scheiße, alter. Bloodthirstie gleich mal. Einmal. Und ich bin so nervös. Noch ein. Uh. Let's go. Was war denn hinter mir? Oh, Shit. Schnell hoch. Oh, Shit. 6-1. Alter Vater. Für die erste Runde geht auf jeden Fall klar. So, wo muss ich hin? Komm nicht klar. Komm nicht klar. Oh mein Gott, da waren alle. Da waren einfach mal alle. Ha. Scheiße. Ich hab einfach null Streaks hier. Das ist. Alles klar. So. Mir hat es auch schon damals Spaß gemacht auf der Bio 3. Bio 3 Gamescom. Alles klar. Ne, auf der Gamescom. Oh. Der Todes-Der Todes-Spawn-Trap. What the fuck? Was ist denn hier los? Gravity K. What the fuck? Oh mein Gott, Alter. Ich rasiere gerade richtig. Was ist denn hier los, Alter? Level 3. Let's go. So, mit Reflex. Zack. Assist. Komm. Wo sind die denn? Sorry, wenn ich nicht so viel rede, aber ich bin hier gerade todesfokussiert. Okay, ist hinter mir. Oh, Shit. Oh, er bangt mich durch die Wall. What the fuck, Alter? Der war doch gerade da. So geil, dieses Fluid-Kampfsystem. Und ich scuff hier immer noch wie im Bio 2. Okay. Oh mein Gott. Da hab ich gechoked, da hab ich richtig gechoked. Wir sind wieder Runde 2. Let's go. Oh mein Gott, Mann. Ich hasse diese Flashbangs. Komm, 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 komm. Zieh, Alter. Komm. Oh mein Gott. Die sind das anders. Die spawnen gleich bei A. Komm, die wollen wir uns bei A. Gravity Spikes werde ich auch gleich nochmal verwenden. Komm, komm, komm raus. Kein Bock zu rushen. Zack. Den holen wir uns dann mit sexy. Komm. Oh mein Gott, da hab ich gechoked, da hab ich gechoked. Oh, das macht so Spaß. Ohne Spaß, macht Spaß. Alles klar. So, wir sollen mal schnell zur A rotieren. Ne, alle hier. Oh mein Gott. Puh. Ganz schön anstrengend, Alter. Meine 56. Oh, okay, wo geh ich hin? Ich geh zu A. Ich holz hier zur A. Oh mein Gott. Es ist halt scheiße, wenn man ohne Drohne spielt. Beziehungsweise, wenn ich überhaupt gar keine Drohne erreiche, weil ich alle zwei Sekunden immer sterbe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist hinter mir. Komm. Und wir haben A. Was ist das? Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Fuck it. Fuck it. Komm. Die kommen wir jetzt hier hin. Komm, die holen wir uns jetzt alle. Aber wenn die alle nicht so vorrushen würden. Alles klar. Unaufgewärmt in das Spiel rein. Alles klar, Leute. Das erste Live-Kommentary in Black Ops 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung. Da würde ich mich echt freuen. Es war gar nicht so schlecht eigentlich. 25, 14. Hat auf jeden Fall getaugt. Wir haben gut angefangen und dann leicht nachgelassen. Aber auf jeden Fall, lasst ein dickes fettes Like da für das erste Black Ops 3 Live-Kommentary. Und ich sage mal, macht das gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.